vorbei da komme ich so wieder ja also für alle die jetzt gerade erst eingeschaltet haben wir werden jetzt ein trade up machen mike wird den trade up hier machen mit der awp boom und red laminate bei der red laminate komme ich minus plus minus null aus sag ich mal du hast minimal wer geholt ja guck mal diesen faktor ist sogar noch mehr wert geld ist ja gar nicht angegeben in fact video gibt sie glaube ich gar nicht so okay das muss man sich wissen das minimal wäre ja und beide beide würde ich auch spielen auf jeden fall das 50 euro 55 euro eingegeben also wird somit ja ja auf jeden fall ist sehr fraus gehen ja die awp boom ist minimal wäre auch 66 euro wert alter die sein factory new 359 euro what the fuck alter die gibt es aber auch fast überhaupt nicht okay das habe ich habe das sehe ich jetzt gerade so beiläufig zum ersten mal dass sie so viel wert ist und du hast minimal wer also du kannst sie kriegen in factory new man kann ich kriegen ja es geht mir gerade das runter man eskalieren würde alter falter man ich würde ich glaube ich sogar für 200 euro verkaufen weil ich die dann wahrscheinlich ziemlich schneller weg gehen weg kriegen würde kranke scheiße man er das ist also das macht mich jetzt übel fertig ohne scheiß ja komm raus jetzt weiter was was ich erst mal wieder was du gesagt hast ja welche kiste ist meine ich kann mir das auch niemals merken wir was wo drin ist also ich habe mir die us ps dark water geholt zehnmal oder preis ist auch echt überhaupt nicht okay also ich habe ungefähr so 90 euro bezahlt er vielleicht sogar auch 95 euro und habt ihr nicht auch für den aufwertungsvertrag ja schon mal gemacht und habe da die hypnotik rausbekommen ja ich könnte jetzt auf jeden fall die ak aber die wir richtig männlichen factory new und keine ahnung komplett blau einfach nur oder so ist für ultra männlich ja das wäre es auf jeden fall mit aufwertungsvertrag verwenden ich will es nicht ich will es nicht ich habe so angst ohne scheiß man wenn ich dir jetzt wenn ich die wirklich krieg in factory new und gute optik dann mache ich keine ahnung noch 130 150 euro plus was ja du weißt dass das alles ins video kommt ne du musst jetzt aufpassen was du schreibst schreibt sie irgendwas versaut ist die ganze zeit okay aufwertungsvertrag verwenden ich ich will es nicht ich will es einfach nicht mal da hat die breit gedacht ich habe nicht genug noch mal doppelt check sind alle minimal wer was ich gekauft habe hat mein puls geht auch gerade einfach nur in die luft ich habe voll minimal aber bei mir geht der puls jetzt nicht ganz so hoch weil ich halt sage ich mal fast ein safe trader habe ich hätte gerne die awp boom naja so also ich mache das ich mache das diesmal auch so dass ich den namen ein kreise quasi also ich meine ich kann ich kann das nicht ich kann es nicht ja ist jetzt keine große spannung diesmal bei mir jetzt ja nö es geht ja nur um wie viel 300 euro plus wenn es gut läuft ist keine große spannung so normal live ich glaube nicht dass ich für den preis weg gehen ja lass es für 200 euro weg gehen dann hast du immer noch 150 euro plus gemacht hat es ein lach hat es ist ein schönes herzchen mal so ein herz darum da muss man es daneben schreiben ich glaube ich habe es nicht richtig verstanden ich habe es einfach so gemacht wie ich meine es wäre richtig aber es hat jetzt zwei haste hashtags zwei herzen zwei es mit einmal katzenlack hier oben und einmal katze 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 also ist einfach mal oh god warum machen wir sowas ich bin ich bin ich bin seelisch nicht bereit ach komm uwe fünf vier drückt alle die daumen zwei zwei eins go oh god ich hab gedrückt man ich hab gedrückt man alter ich schwörste man ich hau mein bildschirm runter ich hoffe auch dass die AWP glich hey ich raste aus man und dann braucht es noch eine halbe stunde man halt ich schwörste bitte 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 ja mann ja 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 alter ok jetzt bestimmt battle scout oder so alter ich kann nicht ich kann nicht du hast was bekommen ach die ist aber auf jeden fall nicht 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 viel blau also die ist wahrscheinlich ziemlich abgefuckt oh man oh god oh lass mal schlucken ich will nicht drauf gehen mit der maus alter warte ich guck jetzt nicht warte warte guck nicht drauf guck nicht drauf guck nicht drauf alter mann da ist sie da ist sie ich guck nach warte ich guck nach ich guck nach warte warte ich guck nach ich guck nach und sag dir dann ob du besser gucken solltest was oh man dies bestimmt battle scout obwohl das eigentlich wahrscheinlich gar nicht möglich ist mann weil ich alles minimal wear reingeklatscht hab ja ok du kannst noch nicht gucken aber das sieht übel abgeranzt aus gell nein minimal wear fuck off man gibt es doch nicht ich meine reingelackt ok aber jetzt hätte die wenigstens noch factory nur sein können fuck off jetzt bin ich mal gespannt wie die ingame aussieht auf jeden fall mal ausrüst jetzt gehts ja jetzt sieht es schon ein bisschen besser aus wieso kann ich hier nicht blenden oh nein ja 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 ja